äh, rapier genau, stonebound und ist jetzt egal, ob ich so mach siehst du rechts auch ein Herzschaden und da ist jetzt das Binding aus das Crossbar aus Papier und wenn ich jetzt so mach ist sogar beides aus Papier also das Tool und die Crossbar trotzdem ein Herzschaden aber halt 5 Modifiers und die Durability ist halt stark in die Knie gegangen ja aber da kann man ja zum Beispiel Schleim oder durch dieses Stahl äh stone sword blade wird es halt auch schon stärker das können wir ja mal kurz zeigen Stahl müsste ja mittlerweile geschmolzen sein genau da haben wir 10 Stück drin jetzt kannst du hier so ein was äh das Casting hast du das? ja ja mal reintun jetzt rausfließen lassen machst du? oh ja achso ja ich muss ja Eislöffel ja wir essen grad nebenher so ein bisschen aber das muss euch ja nicht stören ja und jetzt tu das mal dazu zu den Papierdingern da ist also so ein bisschen okay bei mir nicht jetzt siehst du schon 157 ja die ist schon ein bisschen besser wenn wir jetzt den Stone Rod dazu machen würden wäre der ab 262 das heißt das Papier was man von Schleim erzählt genau wenn ich da jetzt Schleim dazu machen würde das muss ich requesten das hab ich noch nicht geholt leider ähm blue slime haben wir das irgendwie? nö schade eigentlich wenn ich einfach nur slime doch gelatine slime ist es der? requeste ich mal ein bisschen sonst noch slime balls wird schon irgendwie passen so und so und das kann man jetzt hier sogar glaube ich herstellen hat uns ein ingot gekostet was ein ja genau es hat nur einen gekostet wenn ich jetzt den Tool Rod daraus mache aus dem geht es nicht jetzt aus dem nö äh es hieß doch in dem Buch dass das so geht irgendwie so slime wo bist du? da slime crystal ok converting it from food has made it stronger achso ne äh slime Tool Rod äh verstehe ich jetzt gerade nicht nicht so ganz irgendwie ah hier slime crystal bekommt man so und wie kriegt man den blauen? das wüsste ich jetzt gerne wie man den blauen bekommt äh jetzt hab ich schon wieder vergessen ich bin so doof machen wir uns wenigstens mal den grünen wir brauchen ein Erde und einen Sand das müsste ja vor der Hütte sein, ne? ich hab schon hast du auch den Sand? ich hab beides das ist direkt vor der Hütte dann macht man hier den Erde und den Sand rein und vier Slime Balls und bekommt Slimey Mood siehste? ja ich seh den tun wir jetzt in den O füllen haben wir hier einen O füllen? nein warum haben wir hier keinen O füllen? ist doch doof einfach mal Kohle und ne Furnace wir haben 128 Furnaces im Lager weil immer welche gebaut werden und nie verbraucht ja doch die werden schon auch verbraucht so bisschen Kohle rein und hier Slimey Mood rein und dann gibt's da Slime Crystal raus kann ich aufs Demo was machen? ich weiß, dass wenn alles noch eingeordnet wird daraus nicht okay daraus irgendwie nö 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 ne, geht nicht so genau wir haben einen gesammelt ja passt ähm den tust du jetzt hier rein wo rein? in die Tool da da wo dieses Barnding da ist genau da kriegst du jetzt so ein Slime Tool Rod Ding raus Slime Shard ja den Shard den können wir vielleicht irgendwie ja noch benutzen so jetzt haben wir zwei Herzen und 787 genau zum Beispiel immer noch hier Modifier ja durch den Papier haben wir einen Modifier mehr das ist doch mal was, oder? ja wollen wir bauen warte mal ganz kurz noch das ist jetzt der grüne Schleim hätte man irgendwie den blauen Schleim machen können hätte es nämlich noch mehr gegeben und zwar der grüne Schleim macht 500 Durability der blaue macht 1200 Problem ist ich habe halt keine Ahnung woher man den bekommt und der macht auch noch einen besseren Handle Modifier als der als der Slime sind die Modifier die vier jetzt eigentlich zufällig? ne ne? nein also wenn man ähm äh es sind normalerweise drei immer und wenn du halt Papier dazu machst für jedes Papier kriegst du einen mehr ja aber wo kann ich belegen was es für Modifier werden? die kannst du machen wie du willst ja aber wie? mhm wo wähle ich das aus? was es für welche werden? also kannst du dir dann gerne in dem Video anschauen oder du schaust dir einfach auch gleich das Buch an hier gibt es nämlich ein Kapitel das heißt Modifier fängt an mit ein Diamant macht 500 extra Durability ein äh Emerald macht 50% mehr Durability also ein Emerald bringt es quasi mehr wenn du über 1000 Durability hast ja ein äh 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 Redstone kannst du drauf machen dadurch kannst du äh dein Werkzeug schneller machen nutzlos auf Waffen also du kannst halt damit schneller minen da kannst du bis zu 50 hochstacken und das gibt dir einen Boost von 4 also ich glaub Iron hat normalerweise äh wenn du wenn du 50 aber das mach ich alles diese ähm machst du alles wenn die Waffe schon gebaut ist das machst du alles ja das machst du alles erst danach äh wenn du zum Beispiel äh wenn du zum Beispiel äh 50 Redstone auf eine Holz Pickaxe machst ist die Holz Pickaxe so schnell wie eine Iron Pickaxe vom abbauen her so dann gibt es noch einen ähm wie heißt der wo steht der ähm ein Mossy Stone steht jetzt hier aber irgendwo leider nicht dran wenn ich es nicht sehe und das macht eben the tool the tool slowly repairs itself sunlight speeds up the process also damit machst du halt dass das dass es sich selbst wieder repariert und das würde ich dir empfehlen als allererstes drauf zu machen ich hole es mir direkt mal Moss Ball of Moss oh nein ähm entweder du nimmst dir Mossy Stone den du findest unter der Tage in Dungeons da sind die immer auf dem Boden ja und den kannst du dann glaub ich in den Ofen hauen oder so und dann kriegst du das raus aha so ich dropp den dir mal hin legt neben dir so da gehst du jetzt auch an die Tollforge oder du kannst äh mit einem anderen Mod dir auch was bauen so da tust du jetzt einfach genau den da rein und das da hin und dann hast du Moss drauf und auf deiner Waffe steht dann Auto Repair ja und jetzt sind wir raus so jetzt hau mich mal ich bin hier voll der nicht damit genau wow macht zwei Herzen Schaden krass so und jetzt müsstest du eigentlich bald schon wieder repariert sein wow nicht weiß nicht wie lange es bei dir dauert wenn ich so mach äh bist du tot ich hab auch keine Rüstung ja jetzt war repariert jetzt war repariert genau und äh ich sag mal du bist ja jetzt nicht pausenlos am Schnetzeln wenn du mal zehn Gegner besiegst oder so dann ist ja auch wieder eine Pause da von ja so und so lang also du brauchst jetzt circa ich würde mal schätzen fünf bis für starke Gegner zehn Schläge brauchst du maximal also es gibt welche die haben 20 Herzen und die die brauchen schon ein bisschen aber irgendwie kommt mir deine Waffe schon extrem stark vor so ähm wie viele Modifiers hast denn du jetzt du kannst ja da reinlegen und gucken da in die Tool Forge genau Modifiers remaining 3 jo die Frage ist willst du erhöhte Lootchancen haben dass die mehr droppen die Gegner ich überlege gerade was was denn so großartig gedroppt wird was ich denn da brauche davon äh es gibt viel also zum Beispiel Enderman droppen ja die Enderperlen das ist so das seltenste was ich eigentlich so momentan hab ansonsten gibt's halt immer wieder äh unterschiedliche Sachen zum Beispiel ähm der Hölle können halt äh die Gas-Gastränen droppen die Widder-Skelett-Widder-Skelett-Köpfe und Widder-Nekrotik-Köpfe Bones da würde ich dir vielleicht sogar auch einen drauf empfehlen also es gibt wirklich viele Sachen die man da drauf machen kann man kann auch noch zwei Modifiers drauf bauen dass du nochmal zwei Modifiers mehr hast achso naja und was brauche ich jetzt für diese erhöhte Lootchancen äh Lapis Lapis Lazuli da hole ich mir selber welche äh nein tu es nicht ich habe welche ich weiß wo welche ja aber du willst nicht wissen wie viel du davon brauchst also die im Video sehen wir jetzt gerade aber ich droppse dir einfach mal hin wie viel du brauchst geh mal einen Schritt zu rechts dass du siehst oh hab ich's eingesammelt ne ich hab's eingesammelt da sind ein paar Stacks ja das brauchst du wenn du Looting 3 haben willst und das verbraucht nur einen Modifier oh Mann aber das passt doch gar nicht alles hin du kannst das einzeln drauf machen oder du kannst auch äh 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 Lapis Blöcke daraus bauen und dann kannst du immer gleichzeitig neuen drauf machen also ich kann es machen ja komm gehen wir da mal raus genau machst du da mal Lapis Blöcke draus einfach aufzeilen genau so viele raus machen wie es geht hm 29 ja aber ich hab eigentlich schon die richtige Zahl requested ja doch klar müssen so viele sein passt hier und jetzt noch ein kleiner Rest oder 50 Blöcke genau und dann machst du jetzt einfach zweimal 25 und eine Waffe dazu jetzt rüstest du die einmal aus dann siehst du 18 von 450 ja jetzt einfach die ganze Zeit diesen hier machen ach so verrückt jetzt siehst du schon jetzt hast du Looting 1 jetzt bald müsste Looting 2 kommen glaub bei 300 oder so ja jetzt ist es Looting 2 und ich glaube bei 450 sind es dann Looting 3 ja da ist er schon abgedreht ja wir haben das also es ist jetzt nicht so dass wir geizen müssen mit unserem Lapis wie viel Lapis habe ich noch 7000 also wenn jeder so eine Waffe haben will und 14 Stück zu mir kommen dann haben wir kein Lapis mehr aber mei ähm so willst du dich denn heilen wenn du Schaden machst ja ne also dann nehmen wir ich will es erstmal testen ich habe nämlich selber keine Ahnung habe es nämlich noch nie gemacht tu mal deinen Rapier da rein necrotic ok kann man nur einen drauf machen lifesteal ja nimm mal raus jetzt versuchen wir nochmal einen drauf zu machen aber mach es nicht direkt lifesteal 2 das würde direkt den nächsten Modifier verbrauchen aber du äh lifesteal also necrotic 1 heißt quasi wenn du Schaden verursachst heilst du dich um ein Herz necrotic 2 würde dich um zwei Herzen heilen das geht keine Ahnung wie hoch wie weit hoch aber ich denke mal ein Herz heilen reicht eigentlich oder ja weil du schlägst ja ewig schnell zu mit dem Teil deswegen habe ich halt auch schon überlegt ob das ein richtig krasses Teil ist weil man halt so schnell zuschlägt so jetzt hole ich mal gerade noch zwei Sachen die darfst du mal direkt beide rein tun und deine Waffe direkt damit verzaubern nein nicht so ja so siehst nicht Diamond das würde nur die Durability erhöhen mach beide rein genau und jetzt siehste Modifier is remaining Lack ne Lack das ist ja ganz normal rechts musst du gucken ja ja Modifier is remaining zwei genau machst du wieder ein Modifier mehr drauf ach so der draus nehmen hab ich dann hast du Diamond weil du ja den einen Modifier verbrauchst den du ja noch hast ach so also Diamond und der Block of Gold machen nur ein Modifier mehr genau und dann wäre eigentlich auch schon der Auto Repair hast du schon drauf ne ja Auto Repair Lack Lifestyle und Looting haben wir drauf so dann guck mal noch was es noch gibt du kannst auch gleich das Buch gerne haben ähm es gäbe dann noch Auto Smelt das würde äh Blöcke die du ach ne das ist Werkzeug oder ne ist nicht nur für Werkzeug Blöcke die du abhaust werden automatisch geschmolzen zum Beispiel das kannst du auch mit Lack machen bei Werkzeug aber äh Gegner die du hittest damit werden für 3 Sekunden angezündet also Feuer quasi ja brauch ich aber nicht glaube ich brauchst du nicht okay äh Lack hast du schon ähm Setz Enemy on Fire brauchst du nicht hast du gemeint das gäbe es jetzt auch noch als äh mit Blaze Powder das ist das mit dem Heilen äh was ist das Allows Block Harvest Instant Lean brauchst du auch nicht Lean Force brauchst auch nicht willst du ein Knockback auf deine Waffe haben ne weil dann sind wir weg ähm dann bringen ja meine Schlagfrequenzen willst du dass die Gegner ihre Köpfe fallen lassen nö äh brauchst du auch nicht brauchst du auch nicht okay dann ist eigentlich das einzige was noch übrig bleibt Schärfe Schärfe Kostenpunkt äh Neta Quartz darfst du gerne auch mal farmen wir haben momentan zwar einiges aber brauche ich auch noch einiges wieviel Modifiers hast du du hast äh noch zwei ne ja 72 mal 2 sind 144 kann ich mir jetzt nicht ganz verrechnen genau die kannst äh auch wieder ein bisschen zusammenstecken zu Blöcken allerdings zweimal zwei also vier werden zu einem Block da liegen sie und dann wird deine Waffe wirklich böse werden ich glaube ich baue mir die exakt nach weil das ist zwar nicht mehr One-Hit-Gegner aber ich will echt dass nie viel da rauskommt mach mal einmal mach mal einfach die ganze Zeit 2,5 sind es jetzt schon gesehen ne dass der Damage jetzt hoch geht rechts im Bildschirm ja jetzt sind es 3 warte mach weiter ach so alle Blöcke verbrauchen quasi jetzt sind es 3 jetzt werden es gleich 3,4 äh 3,5 ja und ganz am Ende müssen es 4 sein genau du machst jetzt 4 Herzen Schaden mit deinen Schlägen ne was ne Scheiße piu 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 du könntest mich jetzt so schnell töten alter ich hau einmal drauf ja ja 4 Herzen Schaden einfach so ich werde ich werde dann mal Sven zum Duell fordern also dieses Schwert ist echt nicht ohne äh also warte mal ich recke mal kurz noch voll und dann äh gebe ich dir mal meine Waffe und dann schaust du mal was du mit der an mir anrichtest es müssen ja so halbes Herz noch ich esse mich noch voll so da ja ein Herz anderthalbes also dein Schwert macht an meiner Rüstung richtig viel Schaden ich hab keine Ahnung warum oh my meins ist halt komplett aus Stahl da hab ich noch nie nachgedacht damals das wird wahrscheinlich irgendwie dieses Schleim sein oder so guck sie mal an weil das Papier macht nichts von Damage her der Schleim Handles Modifier 1,5 fach und das Stahl 1,3 hm ich versteh's nicht so ganz wieso ist der Rapier einfach so stark oh du hast mir den Rapier gegeben ja ich muss ihn mal antworten schau mal ausprobieren kann ich mich ja mal hauen hau mich mal ja 4 Herzen halt immer 4 Herzen aber wenn ich dich mit meinem hau bist du tot ja es kommt halt auf die Rüstung drauf an kannst herkommen und dein Zeug einsammeln so wie gesagt muss das laufen das krasse ist halt der dass der auch noch Lifestyle drauf hat man könnte statt dem Lifestyle theoretisch noch äh nochmal mehr 2 Damage mehr machen und da könnte man theoretisch nochmal 2 Damage mehr drauf machen ne gar nicht wahr 1 Damage mehr machen also man kann insgesamt ja aber das bringt es dann auch nicht weil du hast ja kein Looting du hast kein Auto Repair du musst irgendwann deine Waffe reparieren ja gut aber das reparieren die dann ähm mit dem Hauptteil also bei dir ist es die Klinge also mit Stahl bist du irgendwo in der Gegend oder musst du weit laufen ich komme ich bin dann wieder da ok ah da bist du verrückt ah cooles Ding ja ich werde mir in dem Fall überlegen ob ich mir so ein Rapier baue der macht jetzt halt Low Damage ne jetzt die Frage ach so warte kann ich nochmal kurz haben ich will mal also ich hau dich jetzt nicht keine Angst alter man kann einfach gedrückt halten ok das macht natürlich richtig geil man muss nicht die ganze Zeit drücken sondern man kann einfach gedrückt halten kann man ähm hm mal mal rüber zu den Tieren gehen achso die haben wahrscheinlich nicht so viel Leben ne wie viel haben die denn nicht wirklich viel ne ach man meine blöde Torch deswegen muss ich jetzt so weit laufen so hallo Gegner ne bei den Gegner muss ich doch noch mehrmals hauen also ist nicht so gut wie ich gedacht hab schade aber man kann auf jeden Fall schnell zuschlagen ja aber so weil liegt hinter dir so was machen wir jetzt so jetzt hast du eine schöne Waffe und ja weiß nicht willst du jetzt noch Werkzeug haben gescheites oder oder brauche ich hier mal Werkzeug ja brauche ich jetzt eigentlich nicht so Werkzeug würde ich mir dann vielleicht irgendwann mal selber bauen ja dann würde ich jetzt mal hier die Folge beschließen und die Folgen das sind mittlerweile wahrscheinlich fünf Stück oder sechs ich hoffe ihr hattet Spaß mit dem kleinen Vlog zwischendurch auch wenn es jetzt gerade regnet und bis zum nächsten Mal